Hallo zusammen, heute wird's vermutlich etwas politischer als sonst, also benehmt euch in den Kommentaren. Ansonsten Neues von Sony, Neues von Emeo und auch Comiczeug zum Spaß haben. Herzlich Willkommen, das ist die Woche. Sony veröffentlicht mittlerweile alle neuen Spiele, auch für Steam und damit PC und besonders freuen sich hier natürlich ehemalige PSP und Vita-Spieler, die mit dem Steam Deck eine fantastische Alternative für Playstation-Spiele on the go besitzen. Damit könnte nun aber bald Schluss sein, denn auf YouTube und Social macht sich die Befürchtung breit, dass Sony hier nicht ganz einverstanden zu sein scheint. Der neueste Titel in Sonys Angebot, Concorde, läuft erstmals nicht auf Valve's Handheld-System. Bei der Installation werden Spieler von einer Nachricht begrüßt, die explizit aussagt, dass Wine, Proton und Steam Deck nicht von der Software unterstützt werden. Ein ähnliches Problem hatten bereits der Ghost of Tsushima sowie der God of War PC-Port, dessen Multiplayer-Modi auf Steam Deck nicht spielbar sind, da laut Entwickler für einen Betrieb die Playstation-Network-Features gebraucht werden und diese sind aktuell nur unter Windows nutzbar. Technisch ist dies also keine neue Story, aber durch den neu entfachten Ärger via Concorde könnte das Thema wieder an die Oberfläche gespült werden. Sony selbst hat noch nicht durchklingen lassen, ob hier demnächst Änderungen zugunsten Steam Deck-Spielern zu erwarten sind. Auf Windows-basierten Handheld-Systemen wie dem Rock Ally laufen alle Spiele aber problemlos. Das Rätsel um Emio ist gelöst. Nintendos Papiertüten-Horrorfigur war weder ein Bloober-Spiel noch ein Hardcore-Horror-Titel, sondern der Bösewicht eines neuen Teils der Famicom-Detective-Club-Serie. Emio, der lächelnde Mann, ist nach über 30 Jahren eine Fortsetzung der niemals offiziell in Europa erschienenen Detektiv-Reihe, die bis dato nur auf dem NES erschien und eine Mischung aus Visual-Novel und Point-and-Click-Adventure-Game darstellt. Produzent und Writer Yoshio Sakamoto, der auch für die alten Teile, die man als Remaster auf Switch kaufen kann, sowie für diverse Metroid-Titel wie Super, Fusion, Zero Mission und auch die neueren Samus Returns und Dread verantwortlich war, ist extrem glücklich, dass Nintendo ihm bei dieser Herzensfortsetzung freie Hand ließ und ist schon gespannt auf die Reaktionen der Spieler. Emio, der lächelnde Mann, wird am 29.08. für 50 Euro im eShop und als Boxed-Version erscheinen und kann als Nintendo-Titel auch mit den Switch-Spiele-Coupons erworben werden. Microsoft trennt sich laut Reportage von Business Insider von einem In-House-DIY-Team, das heißt Diversity, Equity, Inclusion, nachdem es bereits vorher mehrere Millionen Dollar in die Initiative gepumpt hat. Laut Microsoft ist der Grund eine Veränderung des Geschäftsbedarfs, dies sagt eine E-Mail, die Business Insider im Juli erreicht hat. Es ist nicht klar, wie viele Mitarbeiter betroffen sind und was genau Microsoft sich bei dieser Entscheidung gedacht hat. Gerade nachdem destruktive Pseudo-Bewegungen wie die letzten Überreste von Gamergate oder einfach hart rechte Organisationen, die mit Spielen überhaupt nichts zu tun haben, aber es als prima Pipeline für die Verbreitung ihrer Ansichten gefestigt haben, DEI als Kampfbegriff neu definiert haben. Laut CNBC haben auch Google und Meta kürzlich ihre DEI-Programme und damit auch Angestelltenzahlen substanziell heruntergefahren, ebenso wie andere vorwiegend amerikanische Firmen abseits von Gaming und Tech. Der New York Post erklärte Microsoft-Sprecher Jeff Jones, dass ihr Commitment zur Diversität und Inklusion unverändert bleibe und Verantwortung priorisiert werden soll. Jones sagt, Microsoft wird weiter auf diese Arbeit fokussiert sein, dennoch hat diese E-Mail natürlich auch intern Sorgen aufgebracht und für wütende Angestellte gesorgt. Satya Natella, Microsoft-CEO, nahm nach dem Tod von George Floyd durch amerikanische Polizei sowie dem Aufstieg der Black Lives Matter-Bewegung vor, die Anzahl schwarzer Manager, Seniors und Leads zu verdoppeln. Auf die Frage der New York Post, wie viele schwarze Manager nun gehen mussten, hat Microsoft nicht geantwortet. Zuletzt machten schwarze Arbeitnehmer bei Microsoft 6,7% der globalen Gesamtbelegschaft aus. All dies ist vermutlich eine Reaktion auf Project 2025, ein anti-wissenschaftlicher Plan der konservativ rechtsgerichteten Heritage Foundation aus den USA, die hauptsächlich von ultralibertären und Leitern der Fossilbranchen finanziert wird. Der Plan liegt der republikanischen Partei als Quasi-Anleitung vor und schlägt unter anderem Massendeportationen, Einschnitte oder gar die Eliminierung des Bildungsministeriums vor und befürwortet systematischen Rassismus und LGBTQIA-Plus-Feindlichkeit. Auch deutsche Organisationen wie das Prometheus-Institut des FDP-Politikers Frank Schäffler oder die Organisation NOUS, ein neoliberales Netzwerk, sind hier vertreten. Shaina, VTuber und das V steht für Vampir, hat einen ellenlangen Beitrag auf Medium veröffentlicht, in dem sie und VTuber-Kollegin Feruna die Leserschaft über ebenfalls VTuber Mizumochi aufklären möchte und darüber, was ihr andere CreatorInnen geschrieben haben, die selbst nicht an die Öffentlichkeit gehen wollen. Mizumochi, auch bekannt als Mizugrinsefrosch und diversen anderen Namen, ist ebenfalls als VTuber unterwegs und handelt hauptsächlich mit ab 18 Content sowie AI-Art. Shaina und Feruna nehmen in ihrem Beitrag alle potenziellen Accounts von Mizumochi unter die Lupe, klären Verbindungen zwischen diesen Accounts auf und beweisen so auch den gleichen Besitzer, dann erzählt Shaina von ihren eigenen Erfahrungen. Nachdem sie für eine Weile gemeinsam mit Mizu streamte und laut ihrer Aussage alles fein lief, startete Mizu eine regelrechte Heads-Kampagne gegen Shaina, beschuldigte sie öffentlich der Organisation von Bot-Armeen und zwang andere CreatorInnen offen oder unterschwellig, ihre Kooperation mit Shaina zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt, so Shaina, hatte Mizu ungefähr zehnmal so viele Subs wie sie selbst. Shaina macht klar, dass es sich hier nicht um Drama oder persönliche Streitereien handele, sondern um eine gezielte Lügenkampagne gegen sie und potenziell andere CreatorInnen, die Mizumochi nicht in den Kram passen, aus welchen Gründen auch immer. Als Auslöser der ganzen Geschichte benennt Shaina eine unbenannte Person, aus der damals noch gemeinsamen Community, die plötzlich den Kontakt mit Mizumochi abbrach. Mizumochi selbst hat ihren Account aktuell nur für Follower geschaltet, es ist aber davon auszugehen, dass ihre Version der Geschichte folgen wird. Fast schlimmer wiegen die anderen Vorwürfe im Text, so habe Mochi mehrere ihrer VTuber-Models ohne das Wissen der Zeichner und Rigger in hundertfacher Menge auf Etsy verkauft und als wäre dies nicht schlimm genug, beauftragte sie verschiedene Artists, verursachte dann Ärger und Unstimmigkeiten wegen Wünschen oder Beschwerden, die über die beauftragten Arbeiten hinausgehen und verteilte daraufhin schlechte Bewertungen, um so den Artists zu schaden. Dies alles wurde von den Artists an Shaina und Feruna bestätigt. Weiterhin geht es im Text um die ausführliche Vermutung, dass Notfall-Donotons von Mizus' Seite überdramatisiert sind und nur dazu dienten, Geld aus ihren Followern zu quetschen. Weiter geht es um Bodyshaming, Viewer-Botting und andere Geschichten, die für sich gesehen relativ harmlos wären, im Zusammenhang aber wirklich keinen guten Eindruck hinterlassen. Es ist vollkommen verständlich, dass viele Mitleser, Social-User oder Zuschauer diese ganze Geschichte als Drama abtun und ignorieren. Es ist auch leider nicht ganz klar ersichtlich, wie die ganze Geschichte überhaupt angefangen hat. Was aber auch für mich wichtig ist, ist der Umgang sowohl mit Kollegen als auch Artists und Partnern. Im ganzen Beitrag von Feruna und Shaina sind natürlich noch wesentlich mehr Details aufgeführt. Ihr findet ihn auf medium.com slash at Shaina Business, falls ihr mehr wissen möchte. Das rechtsextreme Magazin Kompakt darf nicht mehr erscheinen. Alle Medien des rechtsextremen Publizisten Jürgen Elsässer wurden vom Innenministerium zusammen mit einer Razzia des Betriebsgebäudes verboten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte das Magazin ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Die AfD gibt sich natürlich schwer betroffen, da das Kompakt Magazin bisher ein hervorragendes Werkzeug für ihre eigene Verteilung rechter Verschwörungen war. Kompakt selbst war nicht nur eine Zeitschrift, die es an einigen Kiosken und berühmterweise im Kaufland zu kaufen gab. Auch Videos und Online-Angebote waren im Programm. Veröffentlicht wurden jede Menge rechte und rechtsextreme Inhalte, Hetze gegen Asylanten und Migranten, prorussische Propaganda oder, wie gesagt, Werbung für die AfD und ihre Inhalte. Nun beschloss das Innenministerium, dass Menschen durch die Kompakt aufgewiegelt und zu verfassungsfeindlichen Handlungen animiert werden könnten. Damit sind der Verkauf des Magazins, die Webseite und zuordnungsbare Symbole, wie die sogenannte Blaue Welle, in Deutschland verboten. Die Gamescom 2024 sagt Bye Bye zum berühmt-berüchtigten Red Bull Creator Club. Der Außenbereich hinter Halle 8 war in den vergangenen Jahren immer eine Gruselstory von Influencern und Streamern, sowie hunderten Fans, die es nicht so sehr mit Regeln und generell einfachen menschlichen Zusammensein hatten und immer wieder Ort von Berichten, die einen an der Menschheit haben zweifeln lassen. Gameswirtschaft berichtet nun, dass die gewohnte Outdoor-Area entfällt und damit auch der Durchgangsverkehr. Die Gamescom-Freiflächen beschränken sich nun auf das Gelände zwischen Hallen 5, 6 und 7 und bieten Sport, Ruhebereiche und Foodtrucks. Wer nun hofft, dass Publikums und Ärgermagnete wie Montana Black oder Alpha Kevin jetzt von der Gamescom verschwinden, freut sich aber vielleicht zu früh. Denn auch mit dem Wegfall des alten Randale-Zirkus möchte Red Bull nicht auf den werbewirksamen Auftritt verzichten. Auf der Terrasse vor Halle 5 gibt's eine neue Valorant Gaming Area unter dem Namen Red Bull Homeground und die Influencer werden derweil in der Social Area im Gebäude eingesperrt. In den Obergeschossen von Halle 11 gibt's einen Bereich für Unterschriftensammler, darüber gibt es Bühnenshows und Konzerte auf der Social Stage, sowie den Coworking Space für akkreditierte Influencer und dessen Gefolge. Damit sind die YouTube- und Twitch-Stars zumindest ein wenig aus dem Durchgangsverkehr gezerrt und Besucher, die Paparazzi spielen wollen, müssen dafür nun Treppen steigen. Win-Win. Sieben Jahre nach dem Start der Switch und geschätzt ein bis zwei Jahre vor ihrem Ende bekommt Nintendos Joy-Con-Controller endlich eine offizielle Ladestation. Mit dem Joy-Con-Ladeaufsteller, Klammer auf, Doppelfunktion, Klammer zu, der am 17. Oktober erscheint, kann man sowohl normale Joy-Cons als auch die NES-Controller aufladen. Das Ganze sieht ein bisschen aus, als hätte Nintendo lediglich das Verbindungsteil eines Switch-beigelegten Controllers auf eine Tischhalterung geschraubt. Aber hey, wenn's funktioniert, funktioniert's. Ein Preis wurde noch nicht genannt. Die ursprünglich via Crowdfunding finanzierte Visual Novel Dark Auction Hitlers Estate und ja, das ist der tatsächliche Name, verschiebt sich laut Hersteller Izanagi Games nach einem ursprünglichen Release-Datum von 2024 doch aufs nächste Jahr. Der Titel ist laut Hersteller ein authentisches Mystery-Adventure mit einem Szenario geschrieben von Rika Suzuki, bekannt von Hotel Dusk oder der Another Code Serie, in dem es sicherlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl um die Versteigerung von, ihr wisst schon wem's, altem Landhaus geht und jeder Menge typischer Anime-Charaktere, die aus diesem oder jenem Grund sehr mysteriös damit zusammenhängen. Izanagi Games berichtet, sie arbeiten noch härter am Spiel, um ein, Zitat, besseres Erlebnis für die Spieler liefern zu können und entschuldigen sich für die Verspätung. Dark Auctions Crowdfunding-Kampagne brachte über 450% des ursprünglich gefragten Betrages und damit insgesamt knapp 10 Millionen Yen ein, das wären ungefähr 55.000 Euro. Der Release des Games ist geplant auf Switch und PC. Für die erste Expansion zu Diablo 4 Vessel of Hatred hat Blizzard nun eine neue spielbare Klasse vorgestellt. Der Geistgeborene greift, wie der Name schon sagt, auf Geister und spektrale Tiere zurück, während er oder sie sich durch die Horden Diablos prügelt und sieht dabei aus wie eine Mischung aus Mönch, Droide und Hexendoktor. Der Geistgeborene kommt, wie gesagt, mit der Erweiterung Vessel of Hatred am 8. Oktober, welche zusätzlich zur neuen Klasse auch eine neue Region und natürlich eine Fortsetzung der Diablo 4 Story bringen wird. Elon Musk will SpaceX sowie die leeren Büros vorher bekannt als Twitter aus Kalifornien nach Texas Ab- und Umziehen, berichtet das BBC. Dies geschieht nicht aus geschäftlichen Gründen, sondern aus rein privaten. Musk ist nicht einverstanden mit einem neuen kalifornischen Gesetz, welches Schulen davon abhält, ihrer Belegschaft vorzuschreiben, Informationen über die Genderidentität zugunsten der Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen weitergeben zu müssen, was nicht nur Eltern einschließt, sondern auch Politik und Schulangestellte. Mit dem Gesetz möchte Kalifornien junge MitgliederInnen der LGBTQIA plus Community schützen, doch Musk will davon nichts wissen. Dies ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, zeterte er auf Twitter und kündigte sofort den Umzug seiner kalifornischen Firmen an. Bereits in 2021 hat er Tesla nach Texas umgezogen, nachdem er Gleiches wegen der Covid-Lockdowns angekündigt hatte. Ebenso wie er im letzten Jahr seinen eigenen Lobbyismus für die Kriminalisierung von medizinischer Behandlung betreffend Transpersonen ankündigte. Weder SpaceX noch Twitter gaben Auskunft auf die Nachfrage des BBC, ob vom Umzug weitere Jobs betroffen sein werden. Justice League Crisis on Infinite Earths, die Zeichentrick-Filmreihe um das Ende des sogenannten Tomorrowverse, welches alle DC-Cartoon-Serien seit Superman Man of Tomorrow aus dem Jahr 2020 einschließt, ist nun mit allen drei Teilen komplett erschienen und bei diversen Streaming-Services Kauf- oder Leihbar. Während eine Menge DC-Fans sich über das Ende des Tomorrowverse freuen, fällt es doch schwer, den Abschied nicht irgendwie traurig zu finden. Mit Batman The Long Halloween und dem erwähnten Superman-Film hatte das Universum durchaus einige Höhepunkte, auch wenn es nur sehr kurz hielt. Diese Verfilmung von Crisis hat mit der Comic-Vorlage allerdings nicht viel gemein. Auch wenn bekannte Event-Figuren wie Monitor und Anti-Monitor auftauchen, sowie eine ganze Riege aus bekannten und unbekannten DC-Helden und Bösewichten, hat das Zeichentrick-Universum eine komplett neu geschriebene Krise um die Zerstörung aller bekannten Zeichentrick-Welten, wie das klassische Animated Universe, die 80er Jahre Universen und diverse Einzeltitel. Über die Animationsqualität und den Grafikstil scheiden sich die Geister, aber sehenswert ist die ganze Geschichte mit Sicherheit. Und als ganz besonderen Bonus bietet Teil 3 das letzte Aufeinandertreffen zwischen Mark Hamills Joker und dem Batman vom leider viel zu früh von uns gegangenen Kevin Conroy. Auch Publikumsliebling Matt Ryans John Constantine ist dabei. Ich empfehle also ganz klar die englischsprachige Originalversion. In Comic News bei DC gibt's ebenfalls Neues. Mit DC All-In startet der Comic Verlag eine der laut DC selbst größten Initiativen, die in der letzten Dekade gestartet wurden. In einem koordinierten Veröffentlichungsstart von drei neuen Comicserien und entsprechenden Story-Arcs in vorhandenen Heften bringt All-In ein neues Universum, das sogenannte Absolute Universe mit Interpretationen beliebter DC-Charaktere. Den Anfang machen natürlich Batman, Superman und Wonder Woman. Scott Snyder, einer der führenden Schreiber bei DC Comics, sagt in einem Vorstellungsvideo, Die Idee ist, den größten Einstiegspunkt für alte und neue Leser seit langer, langer Zeit zu kreieren. All-In soll kein Reboot oder Redcon sein, sondern ähnlich wie Marvels Ultimate-Universum funktionieren. Das Absolute Universe nimmt seinen Anfang im Crossover Absolute Power, welches in diesem Monat gestartet ist und soll kulminieren im Oktober mit Absolute Power 4, nachdem ein DC All-In Special die Folgen im Hauptuniversum darstellt, sowie das neue Universum effektiv gestartet wird. Laut Snyder soll hier jeder Writer und Artist willkommen sein, seine eigenen Interpretationen einzubringen. Aber das Absolute Universe soll, DC-typisch, später auch in einer größeren Story involviert werden, die über die nächsten Jahre erzählt wird. Alles, so Snyder, was ihr von Oktober an in DC sehen wird, wird der Anfang einer neuen Story sein. Klingt aufregend. Auf Marvels Seite hingegen ist nun Hitmonkey Staffel 2, mittlerweile auf Hulu erschienen. Disney Plus gibt uns hierzulande nach wie vor nur die erste Staffel, die seinerzeit auch etwas später startete als das Original auf Hulu, also ist davon auszugehen, dass Season 2 um den knallharten Killeraffen auch erst in ein paar Wochen offiziell für uns zu sehen ist. Hitmonkey Season 2 führt die Story des Überraschungserfolgs direkt fort und bringt Monkey und Bryce noch tiefer in Marvels Unterwelt, in der Auftragskiller und Superkräfte an der Tagesordnung sind. Ebenfalls Neues von Marvel gibt's, was Filme angeht. Nachdem quasi seit Ankündigung der Filme Avengers 5 und 6 Nachrichten um Wechsel und Neusuche von Produzenten und Filmemachern nicht abreißen wollten und gerade nach dem vermeintlichen Exit vom The Kang Dynasty Untertitel die Suche offenbar ein einziges Chaos war, ist nun endlich Licht am Ende des Tunnels. Joe und Anthony Russo, Avengers und Marvel Veteranen sollen nun laut Hollywood Reporter zu Marvel zurückkehren und die Führung für beide Avengers Filme übernehmen. Die Verhandlungen befinden sich noch in der frühen Phase, aber die Entscheidung scheint zumindest aktuell final. Die Russos waren bisher verantwortlich für vier von Marvels größten und erfolgreichsten Filmen, The Winter Soldier, Civil War, Infinity War sowie Endgame. Mit dieser Entscheidung scheinen sowohl Avengers 5, vormals betitelt The Kang Dynasty und Avengers 6 Secret Wars hoffentlich unter Dach und Fach zu kommen. Und last but not least wird unser allerlieblings Kevin nun am 25. Juli nach Chris Hemsworth, Paul Rudd, Scarlett Johansson und einigen anderen Marvel Stars auch als Nichtschauspieler seinen eigenen Stern auf Hollywoods berühmten Walk of Fame bekommen. Das wurde von Variety bestätigt. Seit seinem Einstieg bei Marvel im Jahr 2000 damals noch als Produzent, dem von ihm geleiteten Start des MCU in 2008 bis zu seinem heutigen Status als Präsident von Marvel Studios und Chief Creative Officer für Marvel Entertainment, Comics, TV und Animation hat er die olle Kachel auch verdient. Und daher auch von hier aus, herzlichen Glückwunsch Kevin Feige. Ein neuer Trailer für Alien Romulus zeigt definitiv, dass mit dem neuen Film die Filmserie wieder zurück zu ihren Wurzeln finden will. Die Fortsetzung von Feed Alvarez, der vormals an Evil Dad und Don't Breathe gearbeitet hatte, wird definitiv nichts mehr für Kinder und legt den Fokus im Science-Fiction-Horror ziemlich sicher auf den Horror. Eine kleine Raumschiff-Crew findet eine verlassene Weltraumstation und darf, thematisch sehr weit entfernt von anderen neueren Alien-Filmen, sehr handfest und am eigenen Leib erfahren, was es mit Facergun und Aliens auf sich hat und wie genau eigentlich so eine Alien-Befruchtung funktioniert. Wer wirklich gespannt auf den Film ist, sollte den Trailer allerdings vielleicht ignorieren, da wirklich viel gespoilert wird, kann sich aber ziemlich sicher wieder auf einen waschechten Alien-Horrorfilm freuen. Alien Romulus erscheint am 15. August im Kino. Die Live-Action-Halo-Serie, die hierzulande bei verschiedenen Anbietern zu sehen ist, wurde abgesägt. Paramount Plus bestätigt, dass die Show-Produktion abgebrochen wird, damit ist die zweite Staffel vorerst auch die letzte. Halo, die Show, hat damit ganze zwei Jahre überlebt. Paramount bedankt sich bei ihren Partnern, bei Xbox, 242 Industries und Showrunner David Wiener und seinem Team, wird sich aber vermutlich über das geschätzt ausgegebene Budget von bis zu 200 Millionen Dollar gewaltig ärgern. Die Showmacher hingegen haben bereits angekündigt, bei anderen Plattformen für eine eventuelle dritte Staffel hausieren zu gehen. Vielleicht gibt's dort durchaus die Vermutung, dass die in den USA exklusive Veröffentlichung auf einer vergleichsweise unbekannten und kleinen Streaming-Plattform wie Paramount Plus die Chancen der Serie auf Erfolg verkleinert haben könnte. Crunchyroll bekommt ein neues Design. Wie Anime2You berichtet, zeigte der Anime-Streaming-Dienst zur Feier von 14 Millionen Abonnenten erste Beispiele seiner neuen Marken-Identität, die im Laufe des nächsten Jahres auf allen Plattformen eingeführt werden soll. Wir haben ein überarbeitetes Logo, in dem das Wort Crunchyroll nun eindeutig groß geschrieben wird und eine Farbgebung in Orange, Schwarz und der Farbe Taub, die ich zum ersten Mal überhaupt gehört habe und als so ein bisschen ähnliches hellbraun-orange daherkommt. Offiziell vorgestellt werden soll die neue CI auf der San Diego Comic-Con am 25. Juli. Im Laufe des nächsten Jahres wird es auf das ganze Unternehmen ausgedehnt. Und Speaking of Anime, im August erscheinen auf Netflix beide Teile von Sailor Moon Cosmos. Das Sequel zu Sailor Moon Eternal aus dem Jahr 2021 wird von Toei Animation und Studio Dean produziert und ist das Semifinale der Sailor Moon Crystal Anime Serie. In Japan erschien Cosmos im Jahr 2023, Netflix hat sich die Rechte direkt geschnappt und am 22. August ist es nun soweit und beide Teile werden auch hierzulande verfügbar sein. Es ist also noch ein bisschen Zeit, um den Rest nachzuholen. Hurra, wir sind wieder im Jahr 2000. Es gibt News über einen offenbar globalen Windows-Fehler, der in professionellen, aber auch privaten Windows-Umgebungen einen Blue Screen verursacht. Seit frühmorgens am Freitag trudeln Meldungen verschiedenster Firmen, Supermärkte, Banken und so weiter ein, die offenbar betroffen sind. Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta und United hatten bis auf weiteres alle Flüge gehalten. Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg postete entsprechende Meldungen auf ihrem Social Account. Aus dem Vereinigten Königreich wird von vielen Bahnservices berichtet, die ebenfalls gestoppt oder verspätet sind. Ein Problem, welches in Deutschland glücklicherweise kaum weitere Auswirkungen haben wird. Erste Hinweise deuten auf einen Fehler beim Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike hin, das mit zahlreichen Firmen international zusammenarbeitet. Es scheint, dass hier ein fehlerhaftes Update eingespielt wurde, welches dazu führt, dass unzählige Firmenrechner über die ganze Welt verteilt nach einem Blue Screen Fehler nicht mehr starten können. Das Problem multipliziert sich, wenn Bitlocker genutzt wird, da es Systemdateien betrifft, die nicht ohne Adminzugang geändert werden können. Besonders IT-Firmen sind betroffen, ebenso, wie gesagt, Banken, Airlines, Telekommunikation, TV oder Radiosender, aber auch Supermärkte, Tankstellen und sonstige Geschäfte. CrowdStrike bestätigte, dass das fehlerhafte Update nichts mit einem Hackerangriff oder ähnlichem zu tun hatte und zog das problematische Update zurück. Dennoch konnten dadurch aber betroffene Geräte nicht repariert werden. Das wird also wahrscheinlich ein langes Wochenende für all die IT-Techniker da draußen. Von der im August erscheinenden Dungeons & Dragons Minifiguren-Serie von Lego gibt es nun endlich finale Bilder, wenn auch nur via etwas schlechtem Leak, aus einem neuen Prospekt. Im Vergleich zur bisher bekannten Übersicht sind die Farben nun final und die Figuren sehen wirklich sehr putzig aus. Neben bekannten Lore-Charakteren wie unser aller Lieblingsvampir Strat oder Hexenqueen-Tasche aus den Forgotten Realms, erwarten wir auch die Dame der Schmerzen aus dem Planescape-Universum und ein paar Heldenfiguren, die ähnlich wie die Figuren des vorherigen Dungeons & Dragons Sets jeweils drehbare Gesichter haben. Somit kann man sie als Miniaturen für SpielerInnen benutzen, um männliche oder weibliche Züge zu repräsentieren. Extra für Baldur's Gate 3-Fans gibt es natürlich auch einen Gedankenschinder mit Cutie-Mini-Gehirn. Die Minifiguren-Serie mit der Nummer 71047 wird im September erscheinen. Okay, das war's. Wir haben es geschafft. Klickt gefälligst noch eben auf Abo und Glocke. Nächste Woche sehen wir uns wieder mit News über Games, Popkultur und allgemeinen Krimskrams. Macht's gut und bleibt gut. Ich bin Tiku. Das war die Woche. Ach ja, und Donald Trump ist angeschossen worden. Oh nein! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.